Hallo und herzlich willkommen bei FITPLUS. Die FITPLUS Clubs sind dein erster Ansprechpartner für Fitness und Gesundheit. In unseren Fitnessstudios mit hellen Räumen und moderner Ausstattung wirst du mit unseren Programmen deine ganz persönlichen Ziele erreichen. Egal, ob es um einen gesunden Rücken, mehr Beweglichkeit, gesundes Abnehmen oder Muskelaufbau geht, wir sind gerne für dich da. Die FITPLUS Clubs sind neu und modern mit allem ausgestattet, was du benötigst. Alle Clubs verfügen über einen großen Ausdauerbereich und Kraftgeräte, ein separates Beweglichkeitstraining, ein Freihandelsbereich, eine eigene Wasserbar und Parkplätze am Haus. Die FITPLUS Clubs sind täglich von 6 bis 23 Uhr geöffnet an 365 Tagen im Jahr. Als Mitglied profitierst du gleich mehrfach. Du hast Zugriff auf unsere Ernährungsberatung und kannst vielfältige Trainingspläne auf unserer Internetseite herunterladen. Zudem kannst du in allen FITPLUS Studios trainieren und checkst dich vor Ort ganz einfach mit deinem Smartphone ein. Starte noch heute in deine fitte Zukunft mit FITPLUS und melde dich jetzt allein an.